Warum denn? Was die einem Verleger angeboten haben und der war so bekloppt und hat den Stuss auch noch gedruckt. Ich bin schon gespannt, was es wird. Gut, ich weiß es schon, weil ich habe den Text ja schon gesehen. Es ist der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Das ist wieder ein Märchen, kenne ich nur vom Namen her. Inhalt sagt mir gar nichts, aber bei drei goldenen Haaren, da denke ich sofort an die zwei. Ihr wisst ja schon, dieser Trainer in Danny Wildes Jugend, dem sie mit dem Hockeyschläger die Fontanelle gespalten haben. Darauf fielen ihm die Locken aus und die verbliebenen drei Sardellen beitschte er sich da mit Brillantin um den Ballon. Das kennt man ja. Da werden die restlichen Haare von einer Seite zur anderen gekämmt, ums Ohr gewickelt und wieder zurück. Sieht fantastisch aus. Ich freue mich schon auf den Haarausfall bei der Frisur. Da bin ich doch direkt dabei. Und dann werde ich sagen, mit diesem wunderschönen Bild im Kopf lassen wir direkt die Märchen Mathilde loslegen. Der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Ja, ich sagte es bereits. Es war einmal eine arme Frau, die gebar ein Söhnlein. Und weil es eine Glückshaut umhatte, als es... Was zum Teufel ist denn eine Glückshaut? Was soll denn eine Glückshaut sein? Hat er noch Eierschale an der Stirn kleben? Zur Welt kam. So ward ihn Geweißakt. Es werde im vierzehnten Jahre die Tochter des Königs zur Frau haben. Es trug sich zu, dass der... Moment. Moment. Also dem klebt noch Eierschale an der Stirn, deswegen wird er mit vierzehn die Prinzessin heiraten. Ist das nicht ein bisschen arg jung? Ich frag nur. König bald darauf ins Dorf kam. Und niemand wusste, dass es der König war. Und als er die Leute fragte, was es Neues gäbe, so antworteten sie. Es ist in diesen Tagen ein Kind mit einer Glückshaut geboren. Was so einer unternimmt, das schlägt ihm zum Glück aus. Es ist ihm auch vorausgesagt. In seinem vierzehnten Jahre solle er die Tochter des Königs zur Frau haben. Ja, ist ja toll. Dann lernt er seinen zukünftigen Schwiegersohn frühzeitig kennen. Das ist schön. Da kann er ihn auch gleich mit aufs Schloss nehmen und ihm ein bisschen was beibringen. Ist ja auch blöd. Du bekommst dann so einen angeheirateten Prinzen und der kann gar nichts. Der kommt vom Dorf. Der kann nicht lesen. Der kann nicht schreiben. Mit vier Jahren geht er mit seinem Tisch in den Wald jeden Tag und mehr macht er nicht. Ist blöd. Macht sich dann bei Hof immer ein bisschen komisch. Der König, der ein böses Herz hatte und über die Weissagungen sich ärgerte, ging zu den Eltern, tat ganz freundlich und sagte, Ihr armen Leute, überlasst mir euer Kind. Ich will es versorgen. Sicher, dass da Versorgen steht und nicht Entsorgen? Ich frag nur. Anfangs weigerten sie sich, da aber der Fremdemann schweres Geld dafür bot und sie dachten, Es ist ein Glückskind. Es muss doch zu seinem Besten ausschlagen. So willigten sie endlich ein und gaben ihm das Kind. Ja, schön blöd. Die verkaufen ihr Kind also so. Die haben ein Kind, das ein Glückskind ist. Na, verkaufen die das. Ja, wie blöd kann man sein? Ich werde das Kind jede Woche den Lottozettel ausfüllen lassen. Ja, so schaut es aus. Der König legte es in eine Schachtel und ritt damit weiter. Er legte es in eine Schachtel. Er kauft ein Kind, legte es in eine Schachtel und reitet weiter. Wir stellen uns das jetzt bitte mal alle bildlich vor. Da kommt ein König inkognito ins Dorf, also wahrscheinlich hat er die Krone irgendwie mit Kerbpapier getarnt. Da sagt er, ja Leute, aha, ich bin nicht euer König, auch wenn ich genauso aussehe wie der Idiot, den ihr auf euren Münzen habt. Wie sieht es denn aus? Gibt es bei euch was Neues? Wie sympathisch ist euch der König auf einer Skala von 10 bis 10? Kann ich mal ein Kind kaufen? Habt ihr eine Schachtel dabei? Also, das wird nicht mal Hollywood verfilmen. Also nicht mal Disney wird er da mitmachen. Bis er zu einem tiefen Wasser kam. Da warf er die Schachtel hinein und dachte, von dem unerwarteten Freier habe ich meine Tochter geholfen. Die Schachtel aber ging nicht unter, sondern schwamm wie ein Schiffchen, und es drang auch kein Tröpfchen Wasser hinein. Ja, das war eine sogenannte Tupadose. So schwamm sie bis zwei Meilen von des Königs Hauptstadt, wo eine Mühle war, an dessen wer sie hängen blieb. Ein Mahlbursche, der glücklicherweise da stand und sie bemerkte, zog sie mit einem Haken heran und meinte, große Schätze zu finden. Ja, wenn man an einem Bach steht und es kommt eine Schachtel vorbei, da sind meistens große Schätze drin, also Goldbarren, Bernsteinzimmer, das Übliche. Als er sie aber aufmachte, lag ein schöner Knabe darin, der ganz frisch und munter war. Er brachte ihn zu den Müllersleuten, und weil diese keine Kinder hatten, freuten sie sich und sprachen, Gott hat es uns beschert. Sie pflegten den Findling wohl, und er wuchs in allen Tugenden heran. Es trug sich zu, dass der König einmal bei einem Gewitter in die Mühle trat und die Müllersleute fragte, ob der große Junge ihr Sohn wäre. Der kommt ja viel rum, der König. War er wieder inkognito? Hat er wieder Krepppapier um die Krone gewickelt? Nein, antworteten sie, es ist ein Findling. Er ist vor 14 Jahren in einer Schachtelanswehr geschwommen, und der Mahlbursche hat ihn aus dem Wasser gezogen. Da merkte der König, dass es niemand anders als das Glückskind war, das er ins Wasser geworfen hatte. Nee, glaub ich nicht. Das ist 14 Jahre her, da denkt er doch nicht mehr dran. Und sprach. Ihr guten Leute, könnte der Junge nicht einen Brief an die Frau Königin bringen, ich will ihm zwei Goldstücke zum Lohn geben. Wie der Herr König gebietet, antworteten die Leute, und hießen den Jungen sich bereithalten. Da schrieb der König einen Brief an die Königin, worin stand. Sobald der Knabe mit diesem Schreiben angelangt ist, soll er getötet und begraben werden. Und das alles soll geschehen sein, ehe ich zurückkomme. Ja, das kennt man. Es wird immer der Bote gekillt. Wenn es irgendwie eine schlechte Nachricht gibt, die überbracht wird, sofort Bote kopfab, obwohl der gar nichts dafür kann. Das ist immer sehr seltsam. Also Bote damals im Mittelalter war ein richtiger Scheißjob. Knabe machte sich mit diesem Brief auf den Weg, verirrte sich aber und kam abends in einen großen Wald. In der Dunkelheit sah er ein kleines Licht, ging darauf zu und gelangte zu einem Häuschen. Als er hineintrat, saß eine alte Frau beim Feuer ganz allein. Sie erschrak, als sie den Knaben erblickte und sprach. Moment, hat der nicht angeklopft? Geht der einfach so rein? Wo kommst du her und wo willst du hin? Ich komme von der Mühle, antwortete er und will zur Frau Königin, der ich einen Brief bringen soll. Weil ich mich aber in dem Walde verirrt habe, so wollte ich hier gern übernachten. Du armer Junge, sprach die Frau, du bist in ein Räuberhaus geraten und wenn sie heimkommen, so bringen sie dich um. Gut, dass sie ihn warnt. Moment, ein kleines Häuschen. Also da stelle ich mir so wirklich eine kleine Hütte vor. Wie viele Räuber passen da rein? Nicht gerade viele, oder? Mag kommen wer will, sagte der Junge, ich fürchte mich nicht. Ich bin aber so müde, dass ich nicht weiter kann, streckte sich auf eine Bank und schlief ein. Bald danach kamen die Räuber und fragten zornig, was da für ein fremder Knabe läge. Ach, sagte die Alte, es ist ein unschuldiges Kind, es hat sich im Walde verirrt, und ich habe es aus Barmherzigkeit aufgenommen. Es soll einen Brief an die Frau Königin bringen. Wenn sie ihm jetzt den Brief abnehmen, war das der erste Postraub der Geschichte. Die Räuber erbrachen den Brief. Sie erbrachen den Brief, also sie haben ihn gegessen, dann wurde ihn schlecht und haben sie wieder ausgekotzt. Nein, gemeint ist natürlich, dass sie das Siegel brechen, also wie Jesus das Brot, so brachen sie das Siegel und verteilten es unter den Armen quasi. Und lasen ihn. Und es stand darin, dass der Knabe so gleich, wie er ankäme, sollte ums Leben gebracht werden. Da empfanden die hartherzigen Räuber Mitleid. Die Räuber, die ihn eigentlich umbringen wollten. Okay. Und der Anführer zerriss den Brief und schrieb einen anderen. Und es stand darin, so wie der Knabe ankäme, sollte er sogleich mit der Königstochter vermählt werden. Alternativ hätte man natürlich auch einfach reinschreiben können. Gib dem Überbringer dieses Briefes unfassbar viel Geld und dann bringt man den Brief selbst hin. Sie ließen ihn dann ruhig bis zum anderen Morgen auf der Bank liegen. Und als er aufgewacht war, gaben sie ihm den Brief und zeigten ihm den rechten Weg. Und wie haben Sie denn wieder gesiegelt, den Brief? Ich meine, die müssen den ja irgendwie wieder zumachen, damit es sich ganz so auffällt. Grimms, habt ihr wieder nicht mitgedacht? Die Königin aber, als sie den Brief empfangen und gelesen hatte, tat, wie darin stand, hieß ein prächtiges Hochzeitsfest anstellen. Und die Königstochter ward mit dem Glückskind vermählt. Und da der Jüngling schön und freundlich war, so lebte sie vergnügt und zufrieden mit ihm. Hurra! Ja, das ist doch schön. Da hat sich die Prophezeiung erfüllt. Mit 14 hat er die Prinzessin geheiratet. Ja, das ist schön. Ich bin schon gespannt auf das blöde Gesicht vom König, wenn der wieder zurückkommt. Nach einiger Zeit kam der König wieder in sein Schloss und sah, dass die Weissagung erfüllt und das Glückskind mit seiner Tochter vermählt war. Ja, wirklich, das Gesicht hätte ich jetzt gern gesehen. Wie ist das zugegangen? Sprach er. Ich habe in meinem Brief einen ganz anderen Befehl erteilt. Da reichte ihm die Königin den Brief und sagte, er möchte selbst sehen, was darin stände. Der König lasst den Brief und merkte wohl, dass er mit einem anderen war vertauscht worden. Ja, ist ja auch nicht so, dass der Räuber und der König irgendwie eine unterschiedliche Anschrift hätten oder dass da ein Punkt fehlt in dem Text und deswegen hat sie das jetzt ein bisschen komisch vorgelesen. Sie klingt heute aber relativ eng, oder? Ne Mathilde, also hat eine enge Stimme. Er fragte den Jüngling, wie es mit dem Anvertrauten Briefe zugegangen wäre, warum er einen anderen dafür gebracht hätte. Ich weiß von nichts, antwortete er. Er muss mir in der Nacht vertauscht sein, als ich im Walde geschlafen habe. Voll Zorn sprach der König. So leicht soll es dir nicht werden. Wer meine Tochter haben will, der muss mir aus der Hölle drei goldene Haare von dem Haupte des Teufels holen. Also wir hatten ja in Märchen schon alles Mögliche. Beklopte Könige, hageldumme Prinzen, hageldumme Prinzessinnen, böse Schwiegermütter, labernde Tiere, aber Teufel hatten wir noch nie, oder? Ich finde, das passt überhaupt nicht in die Märchenwelt, plötzlich einen Teufel. Bringst du mir, was ich verlange, so sollst du meine Tochter behalten. Damit hoffte der König, ihn auf immer loszuwerden. Das Glückskind aber antwortete, die goldenen Haare will ich wohl holen. Ich fürchte mich vor dem Teufel nicht. Darauf nahm er Abschied und begann seine Wanderschaft. Der Weg führte ihn zu einer großen Stadt, wo ihn der Wächter an dem Tore ausfragte, was für ein Gewerbe er verstände und was er wüsste. Ich weiß alles, antwortete das Glückskind. Er weiß alles. Er ist bei einem Müller aufgewachsen, er weiß alles. Er erinnert mich an jemanden. So kannst du uns einen Gefallen tun, sagte der Wächter, wenn du uns sagst, warum unser Marktbrunnen, aus dem sonst Weinquoll, trocken geworden ist und nicht einmal mehr Wasser gibt. Aus dem Marktbrunnen kam Wein. Das ist auch selten. Hat man nicht oft. Das sollt ihr erfahren, antwortete er. Wartet nur, bis ich wiederkomme. Da ging er weiter und kam vor eine andere Stadt. Da fragte der Torwächter wiederum, was für ein Gewerbe er verstünde und was er wüsste. Ich weiß alles, antwortete er. So kannst du uns einen Gefallen tun und uns sagen, warum ein Baum in unserer Stadt, der sonst goldene Äpfel trug, jetzt nicht einmal Blätter hervortreibt. Weil er kaputt ist. Das sollt ihr erfahren, antwortete er. Wartet nur, bis ich wiederkomme. Der Typ wird später mal Unternehmensberater. Da ging er weiter und kam an ein großes Wasser, über das er hinüber musste. Der Fährmann fragte ihn, was er für ein Gewerbe verstände und was er wüsste. Ich weiß alles, antwortete er. So kannst du mir einen Gefallen tun, sprach der Fährmann, und mir sagen, warum ich immer hin- und herfahren muss und niemals abgelöst werde. Das sollst du erfahren, antwortete er. Warte nur, bis ich wiederkomme. Ist auch eine schöne Methode. Also du sagst einfach, ja, ja, ich erzähl's dir. Dann irgendwann anders mal. Er ist der reinste Ankündigungslord. Also zum Beispiel jetzt als Fährmann hätte ich gesagt, okay, Deal, du sagst mir das und dann fahr ich dich rüber. Aber vorher geht ja gar nichts. Also da sind ja alle drauf rein, weil allerdings, er ist halt auch das Glückskind. Als er über das Wasser hinüber war, so fand er den Eingang zur Hölle. Einfach so. Also man paddelt einfach über den Fluss und da ist dann irgendwo das Tor zur Hölle. Das steht so am Wegesrand. Da ist noch ein Warnschild. Achtung, wer hier eintritt, der lässt kräftig einen fahren oder so ähnlich ging das doch. Können dann die Leute, die in der Hölle sind, auch einfach rausspazieren wieder? Ja, das wär dann ganz nice für die Verdammten. Es war schwarz und russig darin und der Teufel war nicht zu Hause. Och je. Na, der war wahrscheinlich gerade unterwegs irgendwie was zu essen kaufen. Aber seine Ellermutter saß da in einem breiten Sorgenstuhl. Okay, zwei Fragen. Was ist eine Ellermutter und was ist ein Sorgenstuhl? Ellermutter. Könnt ihr mit dem Begriff Ellermutter was anfangen? Ich nicht. Und Sorgenstuhl. Ist das so eine Art Zahnarztstuhl oder wie? Was willst du? Sprach sie zu ihm, sah aber gar nicht so böse aus. Ich wollte gern drei goldene Haare von des Teufels Kopf, antwortete er. Sonst kann ich meine Frau nicht behalten. Das ist viel verlangt, sagte sie. Wenn der Teufel heimkommt und findet dich, so geht dir es an den Kragen. Aber du dauerst mich. Ich will sehen, ob ich dir helfen kann. Also die Leute sind ja schon alle sehr hilfsbereit zu ihm. Das ist nett, ja. Sie verwandelte ihn in eine Ameise und sprach. Kriech in meine Rockfalten, da bist du sicher. Ja, antwortete er. Das ist schon gut, aber drei Dinge möchte ich gern noch wissen. Warum ein Brunnen, aus dem sonst Weinquoll, trocken geworden ist, jetzt nicht einmal mehr Wasser gibt. Warum ein Baum, der sonst goldene Äpfel trug, nicht einmal mehr Laub treibt, und warum ein Fährmann immer herüber und hinüber fahren muss und nicht abgelöst wird. Das sind schwere Fragen, antwortete sie. Aber halte dich nur still und ruhig, und hab Acht, was der Teufel spricht, wenn ich ihm die drei goldenen Haare ausziehe. Als der Abend einbrach, kam der Teufel nach Haus. Ja, von der Spätschicht, war natürlich müde, hat den Blaumann in die Ecke gehängt, hat gesagt, mein lieber Scholli, ich kündige. Kaum war er eingetreten, so merkte er, dass die Luft nicht rein war. Ich rieche, rieche Menschenfleisch, sagte er, es ist hier nicht richtig. Dann guckte er in alle Ecken und suchte, konnte aber nichts finden. Die Ellermutter schallt ihn aus, eben ist erst gekehrt, sprach sie, und alles in Ordnung gebracht. Nun wirfst du mir's wieder untereinander. Immer hast du Menschenfleisch in der Nase. Okay, dann wachsen die Ohren wohl, äh, die Ohren, ja, die Haare wohl aus dem Ohr, weil in der Nase ist kein Platz für Haare, da ist ja schon Menschenfleisch drin. Der Teufel ist aber komisch drauf, kann das sein? Setze dich nieder und iss dein Abendbrot. Als er gegessen und getrunken hatte, war er müde, legte der Ellermutter seinen Kopf in den Schoß und sagte, sie sollte ihn ein wenig lausen. Es dauerte nicht lange, so schlummerte er ein, blies und schnarchte. Da fasste die Alte ein goldenes Haar, riss es aus und legte es neben sich. Autsch, schrie der Teufel, was hast du vor? Ich habe einen schweren Traum gehabt, antwortete die Ellermutter. Da hab ich dir in die Haare gefasst. Was hat dir denn geträumt? fragte der Teufel. Mir hat geträumt, ein Marktbrunnen, aus dem sonst Weinquoll, sei versiegt, und es habe nicht einmal Wasser daraus quellen wollen. Was ist wohl Schuld daran? Hey, wenn sie's wüssten, antwortete der Teufel. Es sitzt eine Kröte unter einem Stein im Brunnen. Wenn sie die töten, so wird der Wein schon wieder fließen. Okay, also der Brunnen ist versiegt, weil da eine Kröte unter einem Stein sitzt. Es sitzt eine Kröte unter einem Stein, deswegen hat der Brunnen kein Wasser mehr. In welcher Welt soll das jetzt irgendwie eine logische Erklärung sein? Also das überzeugt mich jetzt so gar keinen. Also überhaupt nicht. Kein Meter. Das ist doch Blödsinn. Die Ellermutter lauste ihn wieder, bis er einschlief und schnarchte, dass die Fenster zitterten. Da riss sie ihm das zweite Haar aus. Puh, was machst du? schrie der Teufel zornig. Nimm's nicht übel, antwortete sie, ich habe es im Traum getan. Was hat dir wieder geträumt? fragte er. Mir hat geträumt, in einem Königreich stand ein Obstbaum, der hätte sonst goldene Äpfel getragen und wollte jetzt nicht einmal Laub treiben. Was war wohl die Ursache davon? Okay, ähm, da können wir jetzt mal raten, wenn das so ist wie beim Brunnen, ähm, vielleicht sitzt irgendwo in der Krone ein besoffener Kuckuck und wenn man den abschießt, dann wächst wieder alles. Hey, wenn sie's wüssten, antwortete der Teufel, an der Wurzel nagt eine Maus, wenn sie die töten, so wird er schon wieder goldene Äpfel tragen, nagt sie aber noch länger, so verdorrt der Baum gänzlich. Okay. Gut, das geht zumindest schon mal in die Richtung, dass es eine vernünftige Antwort wäre. Wenn man bei einem Baum die Wurzel kaputt macht, logisch, machst du unten kaputt, geht's oben auch kaputt, im Gegensatz zu diesem Quatsch mit der Kröte im Brunnen. Aber eine Maus, dann müssten die ja eigentlich die ganze Wurzel freilegen, um die Maus zu finden. Das ist für den Baum jetzt aber auch nicht so gut, oder? Der fällt doch dann glatt um. Aber lass mich mit deinen Träumen in Ruhe, wenn du mich noch einmal im Schlafe störst, so kriegst du eine Ohrfeige. Die Ellermutter sprach ihn gut zu und lauste ihn wieder, bis er eingeschlafen war und schnarchte. Da fasste sie das dritte goldene Haar und riss es ihm aus. Der Teufel fuhr in die Höhe, schrie und wollte übel mit ihr wirtschaften. Aber sie besänftigte ihn nochmals und sprach. Wer kann für böse Träume? Was hat dir denn geträumt? fragte er und war doch neugierig. Mir hat von einem Fährmann geträumt, der sich beklagte, dass er immer hin und her fahren müsste und nicht abgelöst würde. Ja, was ist da wohl schuld dran? Die Ablösung hat den Floh auf dem Kragen sitzen und wenn man den erschießt, dann kommt die Ablösung wieder oder so. Das ist wohl schuld. Hey, der Dummbart, antwortete der Teufel, wenn einer kommt und will überfahren, so muss er ihm die Stange in die Hand geben. Dann muss der andere überfahren und er ist frei. Da die Ellermutter ihm die drei goldenen Haare ausgerissen hatte und die drei Fragen beantwortet waren, so ließ sie den alten Drachen in Ruhe und er schlief, bis der Tag anbrach. Wie Drachen? Ist der Teufel jetzt plötzlich ein Drache? Ja. Ich finde das sehr, sehr verwirrend heute. Als der Teufel wieder fortgezogen war, holte die Alte die Ameise aus der Rockfalte und gab dem Glückskind die menschliche Gestalt zurück. Da hast du die drei goldenen Haare, sprach sie, was der Teufel zu deinen drei Fragen gesagt hat, wirst du wohl gehört haben. Ja, antwortete er. Ich habe es gehört und will's wohl behalten. So ist dir geholfen, sagte sie, und nun kannst du deiner Wege ziehen. Er bedankte sich bei der Alten für die Hilfe in der Not, verließ die Hölle und war vergnügt, dass ihm alles so wohl geglückt war. Ja, also man kann tatsächlich einfach so wieder aus der Hölle rausspazieren und das finde ich eigentlich ganz nett. Ist ja häufig so, dass den Leuten wird mit der Hölle gedroht, weil da ist es furchtbar drin. Da wird man gegrillt und mit so Dreizack gepiekt und man kann nicht wieder weg. Das ist ja das Schlimmste. Wenn man jederzeit sagen könnte, ach nö, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich gehe. Der ist ja nicht so wild, aber da, man kann einfach gehen, macht die Tür auf, steht irgendwo, keine Ahnung. Man muss nur aufpassen, wenn man mit der Fähre übersetzen will, dass dir keiner eine Stange in die Hand drückt, sonst hast du plötzlich einen Schub und das kann ja keiner wollen. Als er zu dem Fährmann kam, sollte er ihm die versprochene Antwort geben. Fahr mich erst hinüber, sprach das Glückskind, so will ich dir sagen, wie du erlöst wirst. Und als er auf dem jenseitigen Ufer angelangt war, gab er ihm des Teufels Rat. Wenn wieder einer kommt und will übergefahren sein, so gib ihm nur die Stange in die Hand. Er ging weiter und kam zu der Stadt, worin der unfruchtbare Baum stand. Alternativ könnte der Fährmann natürlich auch sagen, äh Leute, ich kündige. Er kann ja einfach von der Fähre runtergehen und sagen, er könnte mich alle mal kreuzweise. Ich gehe nach Hollywood und werde Schauspieler oder so. Ich meine, der ist ja da nicht festgenagelt an der Fähre. Und wo der Wächter auch Antwort haben wollte, da sagte er ihm, wie er vom Teufel gehört hatte. Tötet die Maus, die an seiner Wurzel nagt. So wird er wieder goldene Äpfel tragen. Da dankte ihm der Wächter und gab ihm zur Belohnung zwei mit goldbeladene Esel. Die mussten ihm nachfolgen. Zuletzt kam er zu der Stadt, deren Brunnen versiegt war. Da sprach er zu dem Wächter, wie der Teufel gesprochen hatte. Es sitzt eine Kröte im Brunnen unter einem Stein, die müsst ihr aufsuchen und töten. So wird er wieder reichlich Wein geben. Der Wächter dankte und gab ihm ebenfalls zwei mit Gold beladene Esel. Das ist nicht schlecht. Also so ein Esel ist ja auch einiges wert. Endlich gelangte das Glückskind daheim bei seiner Frau an, die sich herzlich freute, als sie ihn wieder sah und hörte, wie wohl ihm alles gelungen war. Dem König brachte er, was er verlangt hatte, die drei goldenen Haare des Teufels, und als dieser die vier Esel mit dem Golde sah, ward er ganz vergnügt und sprach. Nun sind alle Bedingungen erfüllt und du kannst meine Tochter behalten. Aber, lieber Schwiegersohn, sage mir doch, woher ist das viele Gold? Das sind ja gewaltige Schätze. Ich bin über einen Fluss gefahren, antwortete er, und da habe ich es mitgenommen. Es liegt dort statt des Sandes am Ufer. Und wo hat er die Esel her? Also, mal angenommen, das würde stimmen, wo hätte er dann die Esel her? Wachsen die da wie Äpfel an den Bäumen? Und warum hat er da nur vier Esel? Kann ich mir auch davon holen, sprach der König und war ganz begierig. So viel ihr nur wollt, antwortete er, es ist ein Fährmann auf dem Fluss, von dem lasst euch überfahren, so könnt ihr drüben eure Säcke füllen. Der habsüchtige König machte sich in aller Eile auf den Weg, und als er zu dem Fluss kam, so winkte er dem Fährmann, der sollte ihn übersetzen. Der Fährmann kam und hieß ihn einsteigen, und als sie an das jenseitige Ufer kamen, gab er ihm die Ruderstange in die Hand und sprang davon. Der König aber musste von nun an fahren zur Strafe für seine Sünden. Fährt er wohl noch? Was denn? Es wird ihm niemand die Stange abgenommen haben. Ja, aber vielleicht hat er sie ja jemand anderem in die Hand gedrückt. Oder vielleicht hat er sie einfach ins Wasser geschwissen und hat gesagt, was soll der Quatsch, ich bin ja immerhin der König. Also es ist ja nirgendwo gesagt, dass da ein Fluch auf der Stange oder auf der Fähre liegt. Es ist halt einfach nur, wenn keiner die Stange hat, ist kein Fährmann da und dann gibt es keinen Fährbetrieb. Aber das ist auch alles. Also das Einzige, was den Fährmann eigentlich an die Fähre bindet, ist sein Pflichtbewusstsein. Und der König ist ja nun nicht gerade einer, könnte man sagen könnte. Ja, der hat jetzt so viel Pflichtbewusstsein, der weiß, ohne ihn geht gar nichts mehr. Die müssten eine Brücke bauen. Dann fährt er halt lieber mit der Fähre, anstatt König zu sein oder sich am anderen Ufer Gold zu holen. Und das da wie Sand am Meer. Das ist doch schon wieder kompletter Blödsinn. Und es kann nicht einsprechen, dass wenigstens der Frosch unter dem Stein hätte mal zwischendurch von Brunnen was hochrufen können. Da war ja, also das wäre komplett unmärchenhaft. Was eine Ella-Mutter ist, wissen wir nicht. Was ein Sorgenstuhl ist, wissen wir nicht. Was eine Glücksau, gut, Glücksau, das könnte irgendwie so, äh, Kinder sind doch in so einer Art Ding drin, ne? Ja, wie ist schon da? Fruchtblase, Fruchtwasser, äh, Fruchtsaft, Frucht, Fruchtaufstrich. Ich weiß es doch auch nicht genau. Das ist doch alles schon so lang her, dass ich zur Welt kam, dass da vielleicht schon so was dranklebt von der Fruchtblase oder vielleicht echt von der Schale oder, äh, keine Ahnung. Es ist alles sehr seltsam, sagen wir es mal so. Und freuen wir uns aufs Nächste. Ich scroll gerade durch den Text. Leck mich am Arsch. Eieieiei. Also entweder das Nächste überspringen wir, äh, oder wir verabreden uns vorher und essen alle die richtigen Pilze, damit wir das überhaupt verstehen. Das wird ja komplett beknackt. Oha. Und die wurden echt berühmt. Also es ist eine Unverschämtheit. Da habe ich schon bessere Sachen an Klowende geschrieben. Ja, das, äh, war's. Für die Märchenstunde von heute hätte ich gedacht gehabt, wir sehen uns morgen wieder. Ist ja Dragon Monday. Hoffentlich fällt er nicht aus. Bis dahin. Möge das Matt mit euch sein und Miss Sophie. Unter dem Stein sitzt eine Kröte. Fragen Sie sie mal, ob sie der Maus eventuell sagen könnte. Es soll aufhören, an der Wurzel zu nagen. Sonst haut ihr der Fährmann mit der Stange auf den Kopf oder so ähnlich. Also Ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017